Hallo und Willkommen zu einem neuen Unboxing Vorstellvideos. Hier einmal Limbo Special Collector's Edition. So sieht es aus. Mit kleinen Schuppe. Dann haben wir das hier. Und das kann man hier nach Hause tun. Hier ist ein Loch. Eine Seite läuft da rum. Der Charakter, der immer spielt. Und auf der Rückseite wird er abgestockt. Schön, ne? So. Dann kann man das hier öffnen. Dann hat man hier die Disc. Für PC und Mac. Und hier haben wir eine 3D-Brette. Hier ein Zettel, wie man den 3D-Modus in Limbo aktiviert. Und dazu haben wir noch einige Karten. Erzählen aus dem Spiel. Sehr schön. Auf der Rückseite ist nichts. Das sind nur die Karten hier. Ein bisschen dickeres Papier. Flyermäßig. Und das war es schon. Das war die Limbo Special Collector's Edition. Und dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Bis dann.